Hi Leute, Tag 2, Challenge 2. Ganz einfache Geschichte, wieder eine Minute die Übung, eine Minute Pause, eine Minute die Übung 2 und das so oft wie ihr könnt. Heute sind Liegestütze dran und Bein jeden hin. Die Liegestütze, wie gesagt, macht es moderat gleichmäßig und ihr könnt einschätzen, ob ihr nicht gleich die Damenliegestütze anfangen. Wichtig ist, dass ihr so wenig wie möglich Pause macht während dieser Minute Übungszeit. Das bedeutet auch, wenn ihr die Liegestütze macht, dass ihr vielleicht nur zwei, drei Liegestütze macht und dann kurz durchatmet und dann wieder zwei, drei Liegestütze. Und nicht losballert, 15 Stück macht und dann habt ihr noch 30 Sekunden und kommt nicht mehr hinterher. Das gleiche geht für die Damenliegestütze. Oder ihr macht es halt so, dass ihr ein Liegestütz macht und hier oben ein bisschen ausruft. Wichtig ist wirklich, so weit wie möglich durcharbeiten, um die Minute in Anführungsstrichen relativ gleichmäßig zu füllen. Okay? So, dann eine Minute Pause und dann Beinheben liegen. Hier könnt ihr euch gerne auf eure Hände setzen legen und dann einfach Beine hoch. Kurz hier ohne Berührung und wieder hoch. Und das gleichmäßig eine Minute durch. Notiert eure Wiederholung, notiert eure Runden, tut euch weh, macht so lange wie ihr könnt. Viel Spaß, bis gleich!